Hallo Leute, vielleicht wolltet ihr euch vor kurzem mal einen Raspberry Pi kaufen und musstet dann auch feststellen, dass dieser ausschließlich zu Mondpreisen angeboten wird oder eben gar nicht verfügbar ist. Deswegen mache ich heute dieses Video für euch, um euch zu zeigen, wie ist denn gerade die Lage und ist Besserung in Sicht bzw. ab wann wird es eigentlich besser. Ja, das ist das Bild, was wir eigentlich überall sehen. Wenn wir denn mal einen Raspberry Pi zu einem halbwegs anständigen Preis finden, dann steht da immer dabei, dass dieser Artikel gerade ausverkauft ist. Wir können ihn hier an der Stelle also nicht bestellen. Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass die Leute, die noch Bestände haben, diese dementsprechend zu extrem überhöhten Preisen anbieten. Gucken wir uns erstmal den Artikel von Raspberry Pi selbst dazu an, was sie eigentlich dazu schreiben. Und sie haben schon Mitte Dezember geschrieben, ja, sie haben gute Neuigkeiten, denn diese ganze Chip-Krise wird jetzt langsam wieder besser bzw. die Lieferketten funktionieren langsam wieder besser. Sie kommen mit der Produktion hinterher, auch wenn sie aktuell noch einen extrem großen Backlog haben von Raspberry Pis, die bestellt aber noch nicht ausgeliefert sind, wollen sie hier mit diesem Artikel ein bisschen, ja, wieder Optimismus verbreiten und dementsprechend heißt es hier auch, dass bis in die zweite Hälfte diesen Jahres, also jetzt 2023, das Ganze behoben sein soll und dementsprechend dann alle Modelle wieder gut bestellbar sein sollen. Und ja, da soll es so eine gewisse Reihenfolge geben. Jetzt muss ich gerade gucken, an welcher Stelle das stand. Es fängt an mit dem Zero, der dann wieder besser verfügbar sein soll, dann der Zero W und danach der Raspberry Pi 3A Plus und ganz am Ende erst der Raspberry Pi 4. Also, wenn ihr euch einen Raspberry Pi 4 kaufen wolltet, müsst ihr euch noch am längsten gedulden, bis die Verfügbarkeit dementsprechend wieder besser ist. Ja, was gibt es da noch Wichtiges zu sagen? Die Kosten für den Raspberry Pi Zero werden sich erhöhen und zwar von 5 Dollar auf 10 Dollar. Dieser Teil steht dann hier, also der normale Zero ohne WLAN soll von 5 auf 10 Dollar steigen, der Zero W von 10 auf 15 Dollar und der normale Raspberry Pi 4 soll dann wieder bei einem normalen Preis liegen. Das steht hier oben bei 45 Dollar und zwar für die 2 Gigabyte Variante. Was hier noch sehr, sehr wichtig zu wissen ist, ist, dass die Verfügbarkeit von Zero generell dann deutlich besser ist. Es gab nämlich immer die Regel, dass man den Raspberry Pi Zero nur einmal pro Person und Haushalt kaufen darf. Aber dann soll man so weit sein, dass man so viele davon kaufen darf, wie man möchte. Also seit 2015 war das so, man durfte immer nur einkaufen und jetzt soll es das erste Mal so sein, dass man so viele kaufen darf, wie man möchte. Das betrifft nur den normalen Raspberry Pi Zero, der jetzt eben 10 statt 5 Dollar kosten soll. Ja, gucken wir uns einmal die Preise auf Ebay aktuell an. Also zu was werden die derzeit verfügbaren Raspberry Pi Modelle eigentlich gehandelt? Da sind wir hier beim normalen 3B, was ja auch schon das echt viel ältere Modell ist. Da liegen wir bei 80 Euro für einen neuen Raspberry Pi und der ist sogar verkauft worden. Also ich habe hier extra nach den Verkaufen gefiltert, damit wir hier nicht irgendwelche Modelle sehen, die zu Monenpreisen angeboten werden, aber die am Ende keiner kauft. Also zu 80 Euro wird das wirklich gekauft und hier die 1 GB Variante vom Raspberry Pi 4 wird zu 139 Euro verkauft. Ja, also das wurde hier auch gekauft und die Gebrauchten gehen hier weg in der 2 GB Variante hier für 75 Euro. Ja, also so viel müsst ihr gerade berappen, wenn ihr jetzt unbedingt einen Raspberry Pi braucht. Wenn ihr ein bisschen Geduld habt, ihr habt es im Artikel gesehen, soll das Ganze wieder auf die normalen 45 Dollar für die 2 GB Variante fallen. Hier heißt es also, wer dementsprechend noch ein bisschen Geduld mitbringt, kann hier eine Menge Geld sparen. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch schon einen Raspberry Pi 4 hier auf Ebay verkauft und zwar in der 1 GB Variante. Einfach, weil ich ihn gerade nicht brauche und ich meine, wenn der Markt das gerade hergibt, dann freut man sich natürlich auch darüber, dass man ungefähr das bekommt, was man mal bezahlt hat dafür. Vielleicht noch den ein oder anderen Euro mehr. Aber ja, ich brauche ihn nicht mehr, also ist jetzt wohl der beste Zeitpunkt, um ihn zu verkaufen. Ja, was können mögliche Alternativen zu so einem Raspberry Pi sein? Das hängt total von eurem Einsatzzweck ab. Ich muss sagen, ich bin ja schon längere Zeit auf diese kleinen Windows 10 Mini-PCs umgestiegen. Da kriegt man hier so einen günstigen, schon für um die 120 Euro mit 4 GB Arbeitsspeicher, wohingegen der Raspberry Pi 4 in der Variante mit 4 GB direktlieferbar 180 Euro kostet. Ja, und wenn wir uns das anschauen, hier Vergleich Mini-PC zu Raspberry Pi, haben wir bei dem Mini-PC schon mal einen Netzteil dabei. Wir haben ein Gehäuse dabei. Das Ding ist gescheit gekühlt, was bei einem Raspberry Pi 4 echt wirklich notwendig ist. Dazu habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren ein Video gemacht. Ungekühlt kann man das Ding praktisch überhaupt nicht betreiben. Und ja, da ist das für mich einfach das deutlich bessere Angebot. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ja, aber für meinen Einsatzzweck brauche ich beispielsweise die Pins, die ich ja hier an dem Raspberry Pi habe, um damit irgendwas zu machen, ja, dann geht das natürlich an der Stelle nicht. Da müsst ihr eher nach anderen Boards schauen, Orange-Preis oder was auch immer, was es da auch noch alles so gibt, wobei auch dort wahrscheinlich die Preise gerade nicht so besonders gut sind. Ja, aber wenn ihr sagt, ihr braucht nicht unbedingt an der ARM-CPU und auf die Pins könnt ihr verzichten, dann wäre das hier aktuell das, was ich euch eher empfehlen würde. Ja, was werde ich jetzt machen? Ich denke, ihr habt es in dem Video schon rausgehört. Ich werde jetzt weiter voll auf Mini-PCs setzen. Ich muss sagen, aufgrund der schlechten Kühlung habe ich die Raspberry Pis eh schon fast gar nicht mehr im Einsatz. Aktuell noch steht hier einer mit 2 GB, wo die Lightning Node von Bitcoin drauf ist. Ansonsten brauche ich die gerade eh alle nicht, weil mir die Kühlung einfach zu schlecht ist, die Dinger abschmieren und ich habe keine Lust, die jeden Tag neu zu starten. Ich weiß, da gibt es Alternativen mit großem Lüfter, kostet aber auch alles nochmal Unmengen Geld. Ja, also ich werde weiterhin meine restlichen Raspberry Pis jetzt zu den Preisen auch noch weiter verkaufen und eventuell dann im zweiten Halbjahr 2023 mal schauen, wie dann die Preise wirklich sind, ob die wieder auf einem normalen Niveau sind und dann überlege ich mir, vielleicht den Nachfolger zu kaufen, wenn es den bis dahin gibt, oder dann gleich einen Raspberry Pi eben mit noch mehr Arbeitsspeicher und dann mit einer aktiven Kühlung und vielleicht ist das Gerät dann auch besser für meinen Einsatzzweck verwendbar. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt unbedingt noch Tests zu den Alternativen sehen, vielleicht auch so einen Vergleich an der Stelle, was kann man vielleicht für andere Boards noch verwenden, wie schlägt sich im Vergleich Raspberry Pi zu Mini-PC das Ganze. Ich hatte ja auch damals schon vor ein paar Jahren mit TV-Boxen ein bisschen herumprobiert, habe dort auch ein ähnliches Linux-Betriebssystem draufbekommen, wie das auf einem Raspberry Pi. Der Fall ist nur zu viel, 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 viel günstigeren Preisen. Vielleicht krame ich das nochmal raus, wenn euch das Thema nochmal an der Stelle interessiert. Ich verlinke euch das Ganze aber auf jeden Fall in der Infokarte, damit ihr die Videos nochmal nachschauen könnt und mir dann sagen könnt, ob euch das Thema noch dahingehend interessiert. Ansonsten, falls ihr den Mini-PC kaufen wollt, den ihr im Video gesehen habt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da ist mein Amazon-Shop immer verlinkt und dort kommt ihr eben auch auf diese Liste, die ihr im Video gesehen habt. Ja, ansonsten war es das soweit mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt lasst mir gerne noch eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren da. Lasst mir auch gerne euren Daumen nach oben da für das Video, dann weiß ich, ihr wollt mehr in die Richtung sehen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst auch auf gar keinen Fall auf den Abonnieren-Button zu drücken, daneben auf die Glocke. Dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Denkt wie immer auch an die Jumpcoin-Aktionen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.